Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 30. Januar. Heute haben wir dabei MoviePass, Waymo, UPS, Fantastical und Nintendo. Beginnen tun wir mit MoviePass. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist ein amerikanischer Dienst und der hat ein Abo-Modell für Kinofilme angeboten. Man hat teilweise nur 7 Dollar bezahlt im Monat und durfte dann jeden Tag einen Film im Kino schauen. Das klingt schon sehr irre und das war es dann anscheinend auch, denn das lässt sich irgendwie nicht finanzieren, hat nicht funktioniert. Und sie haben den Dienst im September auch schon eingestellt und jetzt ist klar, die sind bankrott. und können den Laden zumachen. Ja, es ist wie es ist. Aber sie waren halt nur in Amerika aktiv, von daher für uns hier in Europa erstmal alles fein. Wir haben ja andere Varianten, wie zum Beispiel das UCI bietet ja auch so eine Kinodauerkarte an, die dann halt plus minus 30 Euro kostet, was dann schon ein bisschen realistischer sich anhört. Ja, was auch mittlerweile sehr realistisch ist, das sind selbstfahrende Autos. Und Waimo ist ja ein Vorreiter bei selbstfahrenden Autos und die haben da schon diverse Pilotprojekte in Phoenix in Amerika am Start. Und jetzt arbeiten sie genau dort in Phoenix mit UPS zusammen. Der Paketdienstleister wird den Chrysler Pacifica Minivan von Waimo einsetzen, der dann selbstständig Pakete einsammelt bzw. reinpacken lässt logischerweise von Menschen und die dann ohne Fahrer zu den Sortierungsstationen von UPS in der Phoenix Area bringt. Also es sind erstmal keine Pläne, dass das Auto Pakete wirklich an Privatpersonen ausliefert, sondern es ist erstmal B2B. Aber auf jeden Fall interessant, dass da was passiert. Und bei UPS passiert generell sehr viel, denn es gibt noch eine zweite Nachricht. Denn UPS hat 10.000 elektrische LKWs von der Firma Arrival geordert. Und das Besondere daran ist es, dass diese 10.000 elektrischen LKWs erstmal getestet werden in London und Paris. Dann hoffen die, die in Europa und Nordamerika auszurollen. Und dann hat UPS die Option auf noch weitere 10.000 von diesen Fahrzeugen und möchte damit entsprechend sich in die elektrische Schiene begeben. Und es bleibt spannend, denn die Arrival LKWs sind noch Prototypen. Am Ende sollen die ungefähr 250 Kilometer fahren können und dann muss man entsprechend halt sehen, wie sich sowas in so einen Lieferdienst wirklich integrieren lässt. Also ich finde es auf jeden Fall spannend und denke auch an das Thema weiter dranbleiben. Ganz anderes Thema ist die App Fantastical. Das ist ein Kalenderdienst. Das ist eine App, die auf Mac und iOS schon seit Jahren existiert und eine große Fangemeinschaft hat. Die wurde jetzt einmal komplett geändert. Und das Wichtigste ist, es wird das Bezahlmodel geändert, denn Fantastical wird es jetzt im Abo geben. Man muss also 5 Dollar oder 3,33 Dollar, wenn man es komplett für ein Jahr bucht, bezahlen und kann dann Fantastical allerdings auf unendlich vielen Geräten, in Anführungsstrichen, für sich nutzen. Also auf einem Mac, einem iPad, einem iPhone. Vorher brauchte man dafür einzelne Lizenzen. Ob das jetzt angenommen wird, muss man mal schauen. Es gibt auf jeden Fall halt auch eine Trial-Version, wo man mal 14 Tage ausprobieren kann, ob man da Spaß daran hat, ob es Sinn macht. Aber es ist ja schon öfters mal so gewesen, dass diverse Apps oder Dienste auf einmal Abo-Modelle angeboten haben. Und dann sind die Nutzer, ja, Türmen gegangen, haben gewechselt auf eine andere App. Zum Beispiel bei One Password war es ja damals auch ähnlich. Und letztes Thema für heute, Nintendo. Die haben jetzt vor Gericht gewonnen, dass echte Nintendo Mario Kart Touren nicht mehr existieren dürfen. Beziehungsweise keine Nintendo Mario Kart, sondern Mario Kart ähnliche Touren. Denn die gab es in Tokio. Man konnte sich dort auf Go-Kart setzen und als Mario, Luigi und wer auch immer durch die Straßen von Tokio eine Tour machen. Und da gab es schon länger Stress, logischerweise, weil das hat natürlich was mit Copyright zu tun. Und jetzt hat final Nintendo gewonnen. Die Firma Mari Mobility, hießen ehemals Mari Car. Das klang schon sehr ähnlich wie Mario Kart. Die müssen jetzt umgerechnet 458.000 US-Dollar an Strafe bezahlen. Und Nintendo hofft damit natürlich auch noch andere Anbieter abzuschrecken. Denn das ist wohl nicht der Einzige. Und wer jetzt ein bisschen sagt, ja, schade, ich wäre gerne mal als Mario durch die Gegend gefahren. Der hat vielleicht noch die Chance, denn Nintendo plant zumindest ein Mario Kart in einem Themenpark zu integrieren. Den, den sie wohl gerade bauen in Osaka. Also, wenn das euer Ding ist, könnt ihr euch das schlau machen und vielleicht demnächst mal da rumfahren. Das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Donnerstag. Bleibt positiv und wir hören uns dann morgen nochmal wieder. Denn ich mache eine Zwei-Tages-Vertretung für den Martin. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.